Manche Teiche machen Probleme. In der Regel gibt es dafür mehrere Gründe. Eine Wasseranalyse beschreibt lediglich einen Zustand, klärt aber nicht die Gründe dafür. Hinzu kommen müssen zum Beispiel Informationen über die Sichttiefe. Wichtig ist auch die Färbung des Wassers, die sich im Laufe der Zeit ändern kann. Wichtig ist auch die Bepflanzung, vor allem Unterwasser. Und hinzu kommen noch ein paar Dutzend weitere Fragen. Die können Sie bequem im Serviceportal von Naturagard beantworten. Falls Sie bereits Analysenergebnisse haben, können Sie die da auch eintragen. Dann brauchen Sie nur die Auswertung. Genauer ist meist eine Wasseranalyse, die man im Naturagardshop kaufen kann. Dann erhält man Probegefäße, die man mit dem Teichwasser füllt. Eine gute Entnahmetiefe sind etwa 20 bis 30 Zentimeter. An der Oberfläche könnten Pollen oder andere Partikel schwimmen. In größerer Tiefe wiederum könnte aufgewirbeltes Sediment das Ergebnis verfälschen. Die Flasche umgedreht eintauchen, füllen und verschließen. Etiketten zum Versand an das Labor liegen bei. Die Untersuchungsergebnisse gehen dann direkt zum Naturagard und werden im Tagebuch Ihres Teiches eingetragen. Da können Sie das auch jederzeit sehen und als Grafik anzeigen lassen. Eine komplexe Software berechnet dann die verschiedenen Kennzahlen. Dabei wird untersucht, wie sich Dutzende verschiedener Teicheigenschaften gegenseitig beeinflussen. Das Ergebnis ist dann ein umfangreiches Teichgutachten mit einem Maßnahmenplan. Oft entstehen die Probleme auch durch problematisches Nachfüllwasser. Dann rechnet die Software aus, wie viel man jeweils nachfüllen kann, ohne kritische Schwellenwerte zu überschreiten. Falls Sie aus einer öffentlichen Wasserleitung nachfüllen, finden Sie die Werte oft auf den Internetseiten Ihres Wasserversorgers. Diese Werte können Sie dann bei den Teichfragen selbst eingeben. Das gilt auch für die Werte eines eigenen Brunnens. Wenn Sie solche Werte nicht haben, können Sie auch dafür Analysen beauftragen. Sie werden dann in dem Teichgutachten zusammengeführt. Viele Teiche lassen sich durch ein anderes Pflegekonzept ganz einfach und kostengünstig verbessern. Und mit denen tun Sie das Prometheus mit Mango bauen, können Sie auch für die Unterricht eine Branche variation geteilt. Vielen Dank.